Was geht meine Freunde, euer Kimbelli wieder am Start. Wir wollen heute uns einmal die Dorn greifen, jedenfalls die Dorn Quest. Und die meisten haben auch die Quest schon verwechselt mit der, die beim Vagabunden zu bekommen ist. Und deswegen haben die sich auch gesagt, verdammt, jetzt müssen wir nochmal haufeweise Zeugs machen. Die Quest kann man leider nicht auf der Karte sehen, deswegen zeige ich euch jetzt, wo man sie bekommen kann. Und dann legen wir schon mal los. Los geht's. Untertitelung des ZDF für funk, 2017 So Leute, wir sind hier, wo man die Dorn Quest bekommen kann. Da hinten müsst ihr den Typen da am Boden teabacken. Und dann anschließend müsst ihr das Lagerfeuer entzünden. Ich habe hier noch ein bisschen rumgeguckt, wie ihr sehen könnt. Ja, wenn euch das Video gefallen hat und wenn es hilfreich war, dann sagt einfach Bescheid und schreibt es in die Kommentare. Und ja, wollt auch noch die Leute grüßen, die mich jetzt noch neu abonniert haben. So, die Street Boys und den VanishTV. Auf jeden Fall haut da rein und ich danke euch vielmals. Bis später. Ciao. Bis später. 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 Bis zum nächsten Mal.